Musik Vielleicht erinnert ihr euch, auf unserer Artus Tour 2019 hatten wir einen großen Briefkasten dabei. Da habt ihr uns geschrieben, jetzt wollen wir uns revanchieren und wollen zurückschreiben. Das machen wir, wir wollen unseren Newsletter wieder aufleben lassen. Totale Oldschool. In dem Newsletter findet ihr Hintergrundinformationen exklusiv, Bilder, die ihr nirgends anders finden werdet. Und das Geilste daran, es wird auch ein Gewinnspiel geben, auch exklusiv für die Newsletter-Abonnenten mit einem Hammerpreis, der noch nicht verraten wird.